Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Presse für je nachdem Ministerrat mit Vizekanzler Werner Kogler, Finanzminister Gernot Blümel, Tourismus- und Gastronomieministerin Elisabeth Köstinger und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer und es beginnt der Herr Vizekanzler. Bitte sehr. Ja, guten Tag, vielen Dank für Ihr Interesse. Der nächste Frühling kommt bestimmt, der Winter dauert schon zu lang und das kann man sicherlich auch auf die Auswirkungen dieser Pandemie ummünzen. Uns allen reicht es, aber wir müssen trotzdem noch ein bisschen durchhalten und das gilt natürlich für bestimmte Branchen in der Wirtschaft, für bestimmte Betriebe, für bestimmte Bereiche in der Kultur, im Sport und so weiter. Aus diesem Grund haben wir heute ein Paket beschlossen, das 430 Millionen Euro umfasst, eben genau zugeschnitten auf die Problemlösungen für die österreichische Wirtschaftsstruktur, Klein- und Mittelbetriebe, bestimmte Branchen, die besonders betroffen sind, vor allem aber auch für Künstlerinnen und Künstler und Kunsteinrichtungen, Sportlerinnen und Sportler und Sportvereine. Also durchhalten zunächst einmal. Die Pandemie lässt mit sich und das Virus auch nicht, die lassen mit sich nur sehr schwer verhandeln. Deshalb ist die viel geforderte Planungssicherheit, die sehr verständlich eingefordert wird, aber nicht so leicht einzulösen. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, für die Bereiche, wo es besonders schwierig ist, weitere Überbrückungshilfen in der genannten Höhe zu leisten. Sie kennen das Konzept, retten, über Brücken raus investieren. Heute haben wir für bestimmte Bereiche Überbrückungshilfen wieder angelegt, teilweise verlängert und für bestimmte Bereiche schon einen Neustartbonus geschaffen. Wir werden es ja dann von den Kolleginnen und Kollegen hören. Beginnen wir bei den Wirtschaftsbetrieben. Hier wird es geben einen erhöhten Ausfallsbonus für das Monat März. Sie kennen das. Das ist ein sehr rigoroser Zuschuss auf den Fixkostenzuschuss drauf. Dieses wird in der Summe 230 Millionen Euro ausmachen und das ist genau für all jene Betriebe gedacht, die hier eben entsprechende Umsatzverluste durch die Umstände, die wir vorher beschrieben haben, erlitten haben. Zweitens ein Kurzarbeitsbonus. Sie kennen die Debatten von Betrieben, die hier Schwierigkeiten haben. Hier wird einerseits für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber was gemacht, andererseits für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Ausmaß von 150 Millionen Euro. Die Details werden noch vorgestellt. Etwa, dass die Arbeitnehmerinnen hier eine Trinkgeldpauschale bekommen oder einen Ersatz dafür, weil es ja jetzt kein Trinkgeld gibt, das immerhin auch 175 Euro ausmachen wird. Für die Gastronomiebetriebe gibt es, wenn man so will, hier einen tatsächlichen Startbonus, wenn es etwa um die Kosten für die Gastgärten geht. Im Kunst- und Kulturbereich kann man tatsächlich davon ausgehen, dass hier ein Neustartpaket schon geschnürt wird. Die Frau Staatssekretärin wird es dann genauer vorstellen, in der Höhe von 20 Millionen Euro. Da wird es also schon um frische Initiativen gehen, um diese, wenn Sie so wollen wie vorher beschrieben, düstere Zeit zu überbrücken und schon Initiativen zu fördern. Was darum geht, kann man jetzt auch schon unterstützen, an Kulturmöglichkeiten und Kunstveranstaltungen im Rahmen dessen, was pandemiebedingt eingeschränkt, aber doch möglich ist und auch möglich gemacht werden soll. Ich werde den Sport jetzt noch etwas näher ausführen, was wir hier vorhaben und ich halte es auch für sinnbildlich, wie wir insgesamt vorgehen wollen. Im Sport haben wir ein Konzept kreiert mit allen Dachverbänden und Fachverbänden, das den Titel Comeback Stronger beinhaltet. Dieses Paket bedeutet, dass wir in dem Moment, wo wieder mehr möglich wird an Eröffnungsschritten, anständig rein investieren können, um etwa Rückholaktionen für Mitglieder in den Vereinen zu organisieren. Wir haben dort tatsächlich ein Problem, dass die Vereinsmitgliedschaften nachlassen, weil natürlich weniger Aktivität angeboten werden kann von den Vereinen und wir haben im Zuge dieses Comeback Stronger Pakets eben vereinbart, dass wir hier einen Scheck ausstellen, einen Sportscheck organisiert über die Sportförderung. Die ist ja in Österreich gut etabliert und wir haben hier vor, bis zu 100.000 Mitgliedschaften zu fördern und zwar in dieser Art und Weise, dass die Jahresmitgliedsbeiträge übernommen werden und das Geld über die entsprechenden Verbandstrukturen, die wir in Österreich haben, hier zur Verteilung kommt. Auch da können wir wieder Schwerpunkte setzen, das wird aber wieder so sein, dass wir hier die Jugend- und Kindersportaffinenvereine besonders stützen können und mehrere Schwerpunkte in diese Richtung ausführen können. Also Comeback Stronger, das wird auch ganz andere Maßnahmen noch beinhalten, das ist einmal ein erster Schritt. Ich finde ihn aber insofern sehr treffend beschrieben, weil wir in vielen Bereichen ja weiter unterstützen wollen, wo es dann noch notwendig sein wird. Ich komme mit diesem Bild zurück auf die Wirtschaft. Wir hatten ja gesagt, retten, überbrücken, das sind jetzt eben die meisten hier anschließend vorgestellten Maßnahmen, aber auch raus investieren und möchte da eine durchaus sehr positive Überleitung zum Herrn Finanzminister einleiten. Wenn wir uns nur einen Bereich herausheben und ich halte das wirklich für einmalig im Vergleich, die Investitionsprämie. Wir haben sie erstens zielgerichtet eingesetzt, vor allem mit dem Schwerpunkt Digitalisierung und Ökologisierung und wenn ich nur den letzten Bereich herausnehme, sind hier die Prämienförderungen weit über eine Milliarde. Das heißt, wir hebeln hier private Investitionen über 10 Milliarden Euro mittlerweile, nur im Ökologisierungs- und Klimaschutzbereich. Ähnliches gilt für die Digitalisierung und für andere Bereiche, die dort speziell gefördert werden und das ist, glaube ich, schon ein Beispiel dafür, wie wir an verschiedenen Stellen hier ansetzen und an den Rädern drehen, um das Wirtschaftsgetriebe entweder in Schwung zu halten oder in dem Fall stärker und neu wieder in Schwung zu bringen. Die nächsten Schritte werden sein, dass wir uns vertiefen in den Förderstrukturen und in den Ausgaben, die wir tätigen können durch unsere Teilnahme am Unionsfonds, an dem RAF-Fonds, Resilience and Recovery Fund, auch da wird es, da sind wir de Faktor fertig, auch da wird Schwerpunkte geben und wir werden auch ins Frühjahr hinein weitere Initiativen planen, die genau noch diese Überbrückungsschritte beinhalten und auch Investitionen und Investitionsstützungen, um aus der Krise gut rauszukommen und zwar für die Firmen entlang der Firmenstruktur in Österreich, für die Branchen, die besonders betroffen sind und das betrifft natürlich dann beide Seiten, Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmer, weil ja hier vor allem der Beschäftigungsaspekt im Vordergrund stehen soll. Vielen Dank. Vielen Dank und Finanzminister Gernot Blümel, bitte sehr. Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank fürs Kommen. Sie wissen, dass wir bei den Coronahilfen im internationalen Spitzenfeld liegen. Gerade bei den Direktzahlungen und das ist ja das Geld, das bei den Unternehmen so ankommt, dass es nicht mehr zurückgezahlt werden muss, also das sind Garantien oder Steuerstundungen nicht dabei. Da liegen wir in Europa, aber auch generell ganz weit vorne. Wenn wir es vergleichen mit Deutschland oder Dänemark beispielsweise, dann sind im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt rund doppelt so viele Direktzahlungen bereits geflossen. Das kann sich wirklich sehen lassen. Wir haben da aus dem letzten Jahr auch nach den Rückmeldungen der Unternehmerinnen und Unternehmer viel gelernt und viel adaptiert und mittlerweile fließen die Hilfen sehr, sehr schnell. Während in Deutschland es noch Herausforderungen gibt, haben wir bereits im Verhältnis zu Deutschland dreimal so viel ausbezahlt, wenn man die November- und Dezemberhilfen alleine hernimmt. Wir haben uns auch mittlerweile eine Studie besorgt von der KMU-Forschung Austria, wo wir gefragt haben, wie kommen die Hilfen an? Wie wirken die Hilfen bei den Unternehmen? Und die erfreuliche Nachricht ist, dass bei all den Daten, die die KMU-Forschung in ihren Datenbanken hat, es sich ergeben hat, dass im normalen Jahr rund 20 Prozent der Unternehmen in der Verlustzone sind. Ohne die Corona-Hilfen wären das 40 bis 50 Prozent für das letzte Jahr gewesen. Mit den Corona-Hilfen, nur mit den Direktzahlungen sind es rund 27 Prozent. Das heißt, die Hilfen wirken auch so, dass sie zielgerichtet ankommen. Wir haben mittlerweile auch etwas mehr Klarheit, was die tatsächlichen Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die österreichische Volkswirtschaft im Jahr 2020 bedeutet hat. Nämlich einen Einbruch von rund minus 6,6 Prozent. Das ist ziemlich genau der Wert, den wir im September bei der Vorbereitung des Budgetprozesses angenommen haben. Damals haben wir mit 6,8 Prozent für das Jahr 2020 gerechnet. Es sind nun 6,6 geworden. Dazwischen hat es ja auch höhere Schätzungen gegeben. Aufgrund der Volatilität sind die aber nicht zugetroffen. Und wenn wir das vergleichen mit anderen ähnlich stark vom Tourismus betroffenen Ländern, dann sind wir hier wesentlich besser durch die Krise gekommen als eben andere stark touristisch geprägte Länder. Die aktuellsten Maßnahmen, die wir gesetzt haben, um den Unternehmen weiter durch diese schwierige Zeit zu helfen und damit auch Arbeitsplätze zu sichern, ist ja der sogenannte Ausfallsbonus. Auch da sind mittlerweile 24.000 Anträge ausbezahlt worden mit über 170 Millionen Euro. Und das, obwohl diese erst seit rund drei Wochen beantragbar ist. Für den Monat März werden wir jetzt diesen Ausfallsbonus nochmals erhöhen. Und zwar, statt der 15 Prozent wird dieser Bonus 30 Prozent ausmachen können. Und das Volumen wird von 30.000 auf 50.000 Euro aufgestockt. Hinzu kommt noch der Vorschuss auf den Fixkostenzuschuss 2. Das heißt, insgesamt können bis zu 45 Prozent des Umsatzes bis zu maximal 80 Prozent, bis zu maximal 80.000 Euro beantragt werden für den Monat Mai. Diese Erhöhung ist deswegen wichtig, weil die Entwicklung der Coronazahlen, die Mutationen etc. es notwendig machen, dass wir weiterhin nicht so schnell aufsperren können, wie wir das gerne gehabt hätten. Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Maßnahme. In der Kurzarbeit ist es ja so, dass dennoch der Urlaubsanspruch anfällt. Und das ist gerade für jene Betriebe, die schon sehr lange zu sind, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon sehr lange in Kurzarbeit sind, eine zusätzliche finanzielle Herausforderung. Und deswegen werden wir auch hier eine Einmalzahlung von bis zu 825 Euro als Kurzarbeitsbonus auszahlen. Und darüber hinaus gibt es ja auch in den Bereichen, wo es im Normalfall eine steuerlich begünstigte Trinkgeldpauschale gibt, Mindereinnahmen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch in der Kurzarbeit. Und um das entsprechend auszugleichen, damit die vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die normalerweise auch auf Trinkgeld angewiesen sind, die das als Bestandteil ihres Gehaltes auch sehen, auch in der Kurzarbeit nicht einen zu großen Einbruch haben, wollen wir hier einmalig 175 Euro netto auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Kurzarbeit geben. Insgesamt soll das dann steuerfrei 1.000 Euro pro Arbeitnehmer insgesamt sein, die das ausmachen wird. Das gesamte Paket inklusive der bereits vorgestellten Maßnahmen wird rund 430 Millionen Euro ausmachen. Vielen Dank. Sehr schön. Frau Bundesministerin Köstinger, bitte sehr. Vielen herzlichen Dank, geschätzte Damen und Herren. Letztes Jahr zu Ostern hat, glaube ich, kaum jemand ahnen können, wie lange und wie stark uns diese Pandemie beschäftigen wird. Wir sind nach wie vor in einer sehr schwierigen Situation. Wir haben alle gehofft, dass vor allem heuer in Richtung Ostern die Lage sich so weit verbessern wird, dass man auch sagen kann, es ist vorbei, wir können wieder öffnen und wir wissen, dass dann eben auch speziell Gastronomie und Tourismus, Veranstaltungsbranche und dergleichen offen lassen können. Die derzeitige Infektionslage gibt es zurzeit noch nicht her. Sie können mir glauben, niemand würde hier lieber stehen und das Öffnen verkünden als ich, weil vor allem eben auch in der Tourismusbranche, in der Gastronomie, in der Veranstaltungs- und Kunst- und auch wieder von einem Lockdown betroffen sind, also wirklich geschlossen sind. Im Tourismus ist für uns der Feber eigentlich das Hauptmonat im Wintertourismus. Da werden rund 38 Prozent der Einnahmen der Wintersaison auch erwirtschaftet. Die Situation ist nicht nur wirtschaftlich sehr belastend, sondern vor allem die Wirten, die Gastronomen leiden sehr darunter, dass sie halt eben nach wie vor geschlossen haben müssen. Und wir leiden und das kann ich Ihnen wirklich ausdrücklich versichern, auch mit diesen Branchen, egal ob das die Gastronomen sind, ob das unsere Hoteliers sind, den vielen Brautpaaren, die jetzt schon seit über einem Jahr auch ihre Hochzeiten verschieben, die Veranstalter, egal ob groß oder klein, die einfach einen wichtigen Beitrag auch zum gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben in unserem Land leisten, den vielen Messen und Kongressen, die uns vor allem auch als Wirtschaftsstandort Österreich extrem fehlen. Viele der Einkäufe werden einfach anhand auch dieser Veranstaltungen getätigt. Die vielen Freizeitbetriebe vom Kino bis über die Thermen bis hin zu den vielen Schaustellen, die einfach auch davon leben und ein großes Freizeitangebot auch für die Bevölkerung zur Verfügung stellen. Bis natürlich auch hin zur Kunst- und Kulturbranche, die unser gesamtes Leben bereichert, aber vor allem auch für uns als Tourismusland Österreich unverzichtbar sind. Die gesamte Reisebranche, also die vielen Reiseveranstalter und Reisebüros, die unter der weltweiten Reiseeinschränkung enorm leiden. Normalerweise ist das jetzt auch die Zeit, wo man sich schon überlegt, wo man dann eben auch den Sommerurlaub bucht und wo man hinfliegt. All das ist in der Art und Weise zurzeit nicht möglich. Und vor allem gilt unsere Sorge, den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in diesen Branchen auch Beschäftigung finden, in diesen Branchen arbeiten, zum einen zurzeit vielleicht ihren Arbeitsplatz auch verloren haben, beziehungsweise sich auch in Kurzarbeit befinden, erhebliche Einkommensbußen haben und entsprechend halt wirklich auch in Sorge sind. Ein besonderes Augenmerk haben wir vor allem auch in den letzten Monaten auf den ganzen Bereich der Zulieferbetriebe, der Zulieferfirmen gelegt, egal ob das Getränkehersteller sind, bis hin halt eben auch zu landwirtschaftlichen Betrieben. Die hängen natürlich sehr stark auch von der Gastronomie und vom Tourismus ab. Wie gesagt, zurzeit lassen es die Infektionszahlen noch nicht zu, dass wir wirklich ein vollständiges Öffnen in Aussicht stellen können. Es wird erste Öffnungsschritte geben. Sie haben vor allem eben auch die Expertinnen und Experten, die Landeshauptleute und die Bundesregierung in den letzten Wochen auch gehört. Es wird im Außenbereich leichter sein als im Innenbereich. Eine Ausnahme bietet Vorarlberg, wo wir zurzeit wirklich ein sehr positives Infektionsgeschehen noch sehen und wo wir wirklich auch weitreichendere Öffnungsschritte in Aussicht stellen können. Ich glaube, das ist schon auch eine sehr gute Botschaft und ein sehr gutes Signal, vor allem auch an die hauptbetroffenen Branchen, dass die Infektionszahlen halt entsprechend auch im Rahmen bleiben müssen und dann Öffnungsschritte eben auch wieder ins Haus stehen können. Es wird am Montag auch wieder Runden mit Experten, mit den Landeshauptleuten geben. Vor allem für die Tourismusbranche ist es wichtig, immer wieder in zwei Wochenschritten zu evaluieren. Ein Hotel kann man nicht von heute auf morgen aufsperren. Das braucht eine gewisse Vorlaufzeit und zumindest diese Art von Planungssicherheit wollen wir auf jeden Fall auch zur Verfügung stellen. Wir haben zur Unterstützung der besonders betroffenen Branchen in den letzten Tagen intensiv an einem Maßnahmenpaket gearbeitet, das vor allem eben auch für den Tourismus, für die Gastronomie, für die Kunstkultur die Veranstalter rund vier Maßnahmen eben auch beinhalten soll. Zum einen ist das der Kurzarbeitsbonus für die Unternehmen und ihre Mitarbeiter. Die Mitarbeiter sind einfach das wichtigste Kapital in unseren Betrieben und ich habe in den letzten Wochen so viele Gespräche mit Hoteliers geführt, die in allergrößter Sorge sind, weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Branche verlassen, weil es einfach schon so lange dauert, weil sie arbeiten wollen und weil ihnen vor allem halt eben auch das Trinkgeld zum Teil auch Überstunden fehlen und das zu erheblichen Einkommensbußen eben auch führt. Und gleichzeitig laufen die Urlaubsansprüche für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter. Das heißt, es ist auch für die Betriebe, die zurzeit keine Umsätze erwirtschaften können, eine enorme Belastung. Wir schaffen daher mit dem Kurzarbeitsbonus von insgesamt 1000 Euro eine Möglichkeit, auf der einen Seite für die Betriebe für Entlastung zu sorgen und auf der anderen Seite vor allem eben auch das Einkommen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufzubessern. Alle Betriebe, die durchgehend von Entschließungen seit November betroffen sind, erhalten diese Einmalzahlung von 825 Euro netto für den März. Zusätzlich zum jeweiligen Kurzarbeitsantrag und diese Unterstützung kann eben auch zur Ausbezahlung von Urlaubsansprüchen genutzt werden, aber das liegt dann in der individuellen Vereinbarung, die der Betrieb mit seinen Mitarbeitern auch trifft. Und gleichzeitig unterstützen wir die betroffenen Beschäftigten mit einem Trinkgeldersatz in der Höhe von 175 Euro netto, den alle erhalten, die eben auch von der Trinkgeldpauschale betroffen sind. Zum Zweiten, und ich glaube, das ist vor allem auch eine sehr entscheidende, wichtige Botschaft für all jene, die jetzt eben auch in den nächsten Wochen sehr von der Situation betroffen sind, erhöhen wir den Ausfallbonus. Er wird verdoppelt. Jedes Unternehmen, das mindestens 40% Umsatzrückgang in den Monaten November bis Juni hat, kann eben diesen Ausfallbonus beantragen. Das betrifft jetzt ja nicht mehr nur die von der Behörde geschlossenen Betriebe, sondern, wie gesagt, auch alle indirekt betroffenen Branchen sind vor allem eben auch die Zulieferbetriebe. Zur Unterstützung dieser Branchen erhöhen wir den Ausfallbonus und mit diesem Märzbonus wird der Zuschuss eben auf 30% erhöht und der derzeitige Deckel von 30.000 Euro hebt sich damit auch auf 50.000 Euro. Das wird alle betroffenen Branchen durchaus auch etwas Erleichterung bringen. Dazu kommt dann eben auch noch der Fixkostenzuschuss, der ja vor allem eben auch auf diese Bereiche angepasst worden ist, wo beispielsweise für Reiseveranstalter auch die frustrierten Aufwendungen beinhaltet sind, Abschreibungen und dergleichen. Also es ist schon ein sehr umfassendes Paket an Wirtschaftshilfen, das wir hier zur Verfügung stellen. Ja, nachdem durchaus in einem Bereich auch Öffnungen ins Haus stehen, das ja rund um Ostern auch passieren soll, also die Gastgärten, die Scharnigärten, haben wir uns dazu entschlossen, vor allem auch hier in diesem Bereich eine Unterstützung zu leisten. Das heißt, Erweiterungen, neuen Umbauten von Gast- und Scharnigärten sollen unterstützt werden. Wir werden diese Investitionen, daher mit 20% der Investitionen bzw. 10% der Investitionen für größere Betriebe unterstützen, wenn mindestens 5.000 Euro investiert werden. Wir haben dafür ein Gesamtvolumen von 10 Millionen Euro vorgesehen und die Abwicklung wird über die österreichische Hotellerie und Tourismusbank erfolgen. Ja, der vierte Punkt, den ich ansprechen möchte, das betrifft vor allem die Liquidität, die ganz große Sorge der Tourismusbetriebe, der Gastronomiebetriebe, wie sie diese Zeit überbrücken können. Viele müssen ja eben auch im Bereich der Kurzarbeit in Vorleistung treten. Das wird rückwirkend abgerechnet. Dasselbe gilt auch für den Ausfallbonus und die Krise dauert jetzt schon über ein Jahr. Wir haben mit der österreichischen Hotellerie und Tourismusbank wirklich ein sehr wichtiges Instrument geschaffen, um diese Überbrückungsfinanzierung auch zur Verfügung zu stellen. Ich habe in den letzten Wochen so viele Gespräche mit Hoteliers und Gastronomen geführt, die vielfach einfach erzählen, dass das Problem nicht die Überbrückungsfinanzierung der ÖHT ist, sondern dann quasi das Okay von Seiten der Hausbank. Deswegen haben wir uns auch gemeinsam mit dem Finanzminister dazu entschlossen, den Bankensektor zu einem runden Tisch einzuladen. Es geht jetzt einfach um wichtige Zurverfügungstellung der Liquidität der gesamten Branchen, die eben auch die Wirtschaftshilfen erhalten. Aber bis es dann halt eben auch so weit ist, braucht es Liquidität und braucht es halt vor allem eben auch die Möglichkeit der Betriebe, diese Vorleistungen eben auch zu bezahlen. Ja, seit gestern wurden in Vorarlberg die Öffnungsschritte fixiert. Das ist für uns ein extrem wichtiges Signal und vor allem eben auch ein sehr positives Zeichen, dass es, wenn die Inzidenzzahlen passen, wenn das Infektionsgeschehen im Rahmen ist, durchaus auch Öffnungsperspektiven gibt. Von meiner Seite gibt es vollste Unterstützung für das Land Vorarlberg, um hier eben auch die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass es für die Betriebe funktioniert, dass wir halt vor allem auch im Bereich der Selbsttests mit diesen Veranstaltungen, die wieder möglich sein werden, das eben auch ausprobieren und schauen, wie das mit den digitalen Lösungen dann auch kompatibel ist, um daraus einfach auch zu lernen, wenn es dann generell in Österreich auch wieder aufgeht. Ich weiß, dass die Situation mittlerweile schon sehr nervenaufreibend und schwierig ist, wirtschaftlich und vor allem eben auch persönlich sehr belastend. Aber wir haben jetzt schon ein Jahr geschafft und wir werden die letzten Monate und damit auch die letzten Monate, die letzten Meter dann auch noch durchtauchen, gemeinsam mit der Branche. Wir werden niemanden im Stich lassen und bestmöglich unterstützen. Vielen herzlichen Dank. Danke sehr. Frau Staatssekretärin Meier nun bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, wie schon mehrfach angesprochen hat es auch der Kunst- und Kulturbereich neben vielen anderen Bereichen nach wie vor sehr schwer. Sie wissen das alle genauso gut wie ich. Am Montag wird es eine weitere Evaluierung des Corona-Geschehens und der Infektionszahlenentwicklung geben und gemeinsame Beratungen mit Experten, Expertinnen und den Landeshauptleuten und wir werden sehen, ob es möglich ist, eine Perspektive für weitere Öffnungsschritte für den Kunst- und Kulturbereich zu geben. Wir würden uns das alle sehr wünschen, natürlich die in den Kulturbetrieben tätigen, die Künstlerinnen und Künstler, aber auch wir als Publikum sehnen uns danach. Es ist eine sehr schwierige, sehr lang anhaltende Phase, die wir jetzt auch noch überbrücken müssen. Und bis dahin werden die bereits angesprochenen Maßnahmen neben all den Unterstützungsmaßnahmen, die wir ja gemeinsam in der Bundesregierung geschnürt haben, in den letzten zehn Monaten auch greifen und so wird auch diese Phase noch zu überstehen sein. Der erweiterte Ausfallsbonus kommt ja auch Veranstaltern wie eben Kinos, Verlagen und Kabarettbühnen zugute. Wir schärfen auch bei den Maßnahmen für die freischaffenden Künstler und Künstlerinnen, die es natürlich am schwersten auch trifft, erneut nach. Wir werden in der Überbrückungsfinanzierung bei der SVS den bereits etablierten Lockdown-Bonus weiter verlängern. Für die Monate März und April wird es eine weitere Sonderzahlung von insgesamt 1.000 Euro geben. Neben den Tranchen für November, Dezember, Jänner und Februar ist das jetzt bereits die dritte derartige Zahlung, zusätzlich zur generellen Unterstützungsleistung von 1.000 Euro pro Monat, die die Künstlerinnen und Künstler dort sehr rasch, sehr einfach abrufen können. Wir unterstützen damit, ich habe es schon mehrfach in diesen Pressekonferenzen erwähnt, alle selbstständig versicherten Künstlerinnen und Künstler bereits über einen Zeitraum von einem halben Jahr mit einem monatlichen Mindesteinkommen von 1.500 Euro. Generell sind ja alle Maßnahmen für die Freischaffenden bereits bis Juni verlängert, also diese Sicherheit gibt es und sie ist für die Künstlerinnen und Künstler ganz essentiell. Gleichzeitig ist aber klar, dass es während der Neustartphase, die hoffentlich sehr bald beginnen kann und in den ersten Monaten danach wird es weitere Maßnahmen brauchen, um das Wiederaufleben, das Wiedererstarken der Kulturbranche zu unterstützen. Und diese Maßnahmen darf ich Ihnen heute vorstellen. Als erstes ein Neustartpaket für die Kunst- und Kulturbranche mit einem Volumen von 20 Millionen Euro. Dieses Paket gliedert sich in drei große Teile. Der erste Teil ist, wir wollen Auftritte ermöglichen, dafür wird es drei verschiedene Förderprogramme geben. Wir wollen Investitionen unterstützen und wir wollen auch dabei unterstützen, das Publikum zu motivieren, wieder am Kulturleben aktiv teilzunehmen, wenn es dann losgehen kann. Insgesamt nehmen wir dafür weitere 20 Millionen Euro in die Hand. die direkt den Kulturbetrieben und den dort Tätigen und den Künstlerinnen und Künstlern zugutekommen. Zum ersten Punkt, Auftritte ermöglichen. Wir werden eben drei Förderprogramme auflegen. Wir werden als erstes professionelle Videoadaptionen von Bühnenproduktionen unterstützen. Aus vielen Gesprächen mit der Branche weiß ich, dass es in den Kulturbetrieben sehr viele fertig geprobte, abgeschlossene Stücke, Performances, Produktionen gibt, die derzeit noch keinem Publikum präsentiert werden können. Dabei wird auch in diesen Gesprächen wird natürlich auch oft gesagt, dass sich die Bühnen, die Theatervereine, die Tänzer, die Schauspieler, die Musiker gerade in der freien Szene oft professionelle Videos für Livestreams nicht leisten können. Und das wäre aber sehr, sehr wichtig, genau hier wollen wir ansetzen und werden die Kosten für diese Videoproduktionen fördern. Diese Unterstützung wird jetzt sehr rasch erfolgen. Sie ist natürlich kein Ersatz für Veranstaltungen vor einem Live-Publikum, aber trotzdem ein wichtiger Schritt, um Auftritte zu ermöglichen. Zweitens, wir wollen Kunst- und Kulturveranstaltungen im Freien unterstützen. Wir können, wie eingangs erwähnt, noch nicht genau sagen, wann der Kulturbetrieb wieder starten kann. Klar ist aber, dass es in der nächsten Zeit noch so sein wird, dass Outdoor-Veranstaltungen, solange eben die Pandemie andauert, als sicherer angesehen werden, als Indoor-Veranstaltungen. Wir werden deshalb Projekte fördern, die Kultur unter freiem Himmel anbietet und erlebbar macht. Wir werden diese Projekte bei den Investitionen unterstützen, die eben dafür notwendig sind. Sei es ein Aufbau einer Bühne oder die Anschaffung von Sitzgelegenheiten. Und drittens, wir werden innovative künstlerische Ausdrucksformen unterstützen. Die Künstlerinnen und Künstler, die in Österreich leben und arbeiten, haben enormes Potenzial, das auch noch stärker zur Entfaltung kommen kann. Die Kunstszene in Österreich boomt seit Jahren. Sie entwickelt viele neue künstlerische Ausdrucksformen, reagiert auf neue Technologien, knüpft Partnerschaften mit anderen Bereichen. Sie ist innovativ im besten Sinn. Wir müssen auch hier in unserer Förderpraxis agil sein, um diese positiven Dynamiken, die auch jetzt aus der schweren Zeit herausführen können, bestmöglich zu begleiten. Es wird daher einen breit angelegten Call mit einem Volumen von zwei Millionen Euro geben, zur Förderung von Künstlerinnen und Künstlern, die sich auf neue künstlerische Tätigkeitsformen, auf neue Formate, auf neue Experimente und Impulse einlassen. Insgesamt werden eben für diese drei skizzierten Bereiche sechs Millionen Euro zusätzlich ausgeschüttet. Damit möchte ich zum zweiten großen Punkt kommen, den Investitionen. Wir werden weitere zehn Millionen Euro in die Sanierung und Modernisierung von nach wie vor geschlossenen Kulturräumen investieren. Da kann es jetzt um Bestuhlung gehen, um Belüftungsanlagen oder auch um neue Websites und andere wichtige Investitionen für den Neustart. Wir wollen, dass sich die Räume, in denen Kunst stattfindet, einladend und attraktiv präsentieren können, wenn sie wieder für das Publikum geöffnet werden. Apropos Publikum, der dritte große Punkt. Ich bin eben mit vielen Veranstaltern im Gespräch und einige davon, oder eigentlich viele davon, erheben Bedenken, ob das Publikum nach der Krise die Angebote weiter so wahrnehmen wird, wie vor der Krise. Ich teile diese Bedenken zwar nicht in dieser Dimension oder in dieser Deutlichkeit, ich bin optimistisch, aber weil ich auch tagtäglich höre, wie sehr das Publikum sich auch nach kulturellen Erlebnissen sehnt. Trotzdem wollen wir die Veranstalter dabei unterstützen, neue Publikumsschichten anzusprechen und Stammpublikum zu halten oder wieder zu gewinnen. Es war natürlich eine schwierige Zeit, wo mehrmals Karten und Abonnements aufgelegt wurden, dann konnte wieder nichts stattfinden. Also ständiges Umplanen und Stornieren waren notwendig. Wir werden daher den Verkauf von Abonnements und anderen seriellen Kartenangeboten mit einer Summe von insgesamt 4 Millionen unterstützen. Die Abonnements sind das Rückgrat, das stabile Rückgrat für das Kulturleben und für die Kulturbetriebe bei uns. Sie sollen für das Publikum nach dieser schweren Zeit noch attraktiver werden. Mir ist dabei wichtig, dass diese Maßnahmen und zwar alle, die ich jetzt vorgestellt habe, einem möglichst breiten Kreis zugutekommen sollen. Also von der kleinen Kulturinitiative bis zum großen Haus. Das ist wichtig, um die Vielfalt und die Breite unseres Kulturlebens auch weiter erlebbar zu machen. Ich weiß, dass alle Menschen in Österreich und gerade im Kunstbereich auch schon frustriert sind. Ich selber, wir alle finden es auch sehr, sehr schwierig, diese Zeit mit dem reduzierten Leben auch gut zu überstehen. Ich glaube aber, dass wir mit den bisherigen Unterstützungsmaßnahmen gut funktionieren und die das Überleben auch sicher bisher gut durch diese Krise gekommen sind. Und wir werden das auch weiter tun und wir werden auch die letzte Wegstrecke noch gut schaffen. Und ich bin sicher, dass wir mit diesem neuen Paket und ich danke allen hierstehenden, dass wir das so schnell und so flexibel auch verhandeln konnten und dass wir damit einen weiteren Schritt in Richtung Teustadt in Kunst und Kultur gehen können. Vielen Dank. Vielen Dank den Vertretern der Bundesregierung. Wir kommen jetzt zum Fragenteil. Erste Frage von ORF Zeit im Bild. Frau Poschner, bitte. Frau Ministerin Köstinger, ich habe eine Frage zur Gastronomie. Sie haben ja vorhin die schlechte Stimmung geschildert. Vor zwei Wochen hat man aber der Gastronomie doch Hoffnung gemacht, dass zumindest die Gastgärten aufgehen könnten. In der Zwischenzeit sind die Inzidenzen wieder ziemlich stark gestiegen, 400 und drüber in verschiedensten Orten oder Städten. Können Sie den Betrieben garantieren, dass die Gastgärten zu Ostern aufgesperrt werden können? Das ist unser erklärtes Ziel, dass wir mit 27. die Öffnung vollziehen. Natürlich wird es immer vom Infektionsgeschehen abhängen. Sie sehen aktuell, dass in Vorarlberg auch die Innenräume der Gastronomiebetriebe geöffnet werden können, weil die Inzidenzzahlen eben auch derartig niedrig sind. Wir haben andere Regionen wie beispielsweise Hermagor in Kärnten, wo eben auch Ausreisebeschränkungen zurzeit verfügt werden mussten, weil die Infektionszahlen und das Infektionsgeschehen so hoch ist. Wir werden alles Bestmögliche dafür tun, dass es diese Öffnungsmöglichkeiten gibt. Auch Expertinnen und Experten, vor allem auch Oswald Wagner, der ja Teil und Bestandteil eben auch des Beratungsgremiums ist, hat klar darauf hingewiesen, dass Öffnungen im Außenbereich sinnvoll sind, dass es im Innenbereich natürlich Schwierigkeiten gibt. Und dementsprechend halten wir uns auch an diese Empfehlungen. Wir werden vor allem eben auch weiterhin intensiv die Testkapazitäten ausbauen und gleichzeitig halt auch das Impfen vorantreiben, um über diese Zeit rüber zu kommen. Dankeschön. Austria-Presseagentur, Herr Christian Hammer, bitte. Ja, Herr Schippel, Fragen vielleicht zuerst einmal an den Sportminister und an die Kulturstaatssekretär, nämlich was speziell Vorarlberg betrifft. Wie schaut es denn da jetzt aus mit größerem Publikum bei Sportveranstaltungen, Outdoor, Fußball zum Beispiel, aber auch Indoor, Eishockey? Und auch haben Sie gefragt, mit den Limitierungen, auch zeitlichen Limitierungen, die es in Vorarlberg jetzt noch gibt, derzeit gibt es da überhaupt eine Öffnungsperspektive, eine vorgezogene für Kulturinstitutionen in Vorarlberg? Ja, Frage 1. Frage 2, weiß ich nicht, ob der zuständige Minister, Ministerin da ist. Wie schaut es jetzt eigentlich aus mit der Tirol-Reisewarnung, mit der innerösterreichischen, läuft die aus? Kann mir das jemand sagen, vielleicht der Vizekanzler? Ja, das war es eigentlich eh schon mal. Zweiteres kann ich Ihnen nicht genau sagen. Sie würde wohl auslaufen, ob und inwieweit sie verlängert wird, ist jetzt noch Gegenstand einer eigenen Betrachtung. Zum Ersten Vorarlberg und Sportmöglichkeiten. Das hat sie ja bezogen sowohl auf die Zuschauer, als auch auf die Sportausübung. Die Zuschauerzahlen sind, soweit Vorarlberg das Konzept selber vorgelegt hat und Einigung mit dem Gesundheitsministerium besteht, bei 100 limitiert. Das gilt ja dann wohl für alle Veranstaltungen. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass auch in Vorarlberg nicht alles auf einmal geschieht, sondern auch dort wird in Schritten gedacht. Das bedeutet jetzt speziell für die Sportausübung, etwa wieder bei Kinder und Jugendlichen, dass in der ersten Runde tatsächlich noch der 2-Meter-Abstand einzuhalten ist, dass aber die entsprechenden Trainings in den entsprechenden Gruppen so stattfinden können. Das allerdings gilt wieder Indoor und Outdoor. Also anders als auf Bundesebene, da werden wir am 15., das ist eigentlich auch eine erfreuliche Sache, am 15. soweit sein, dass wir für Kinder und Jugendliche hier sportliche Aktivitäten zulassen können. Das ist ja schon annonciert worden und das wird sich ähnlich abspielen, dort aber nur Outdoor. Vorarlberg, Outdoor und Indoor, aber mit Abstand. Ja, ich finde es sehr erfreulich, dass das Infektionsgeschehen in Vorarlberg so ist, dass alle Bereiche öffnen können, so auch die Kulturbetriebe und dass wir in Vorarlberg Kulturveranstaltungen haben werden. Natürlich ist das jetzt ein Pilotprojekt und es ist sozusagen unter strengen Rahmenbedingungen, aber immerhin ist es ein erster Öffnungsschritt mit 100 Personen im Publikum, auch Indoor. Und das ist erfreulich, dass das jetzt einmal getestet werden kann, auch mit den Selbsttests für die Kulturbetriebe. Also ich bin sehr positiv gestimmt, dass es in einem Teil von Österreich ab Montag Kulturveranstaltungen geben werden kann. Herr Kimeswenger von ATV, bitte. Ich hätte auch eine Frage, auch anlässlich dieses Unterstützungspakets, das Sie da heute präsentieren. Würden Sie sagen, heißt das für Sportvereine, für GastroInnen, für all die, die sich Hoffnungen machen, im April aufmachen zu dürfen, dass es jetzt eher schlecht ausschaut, wenn wir uns diese Wirtschaftshilfen jetzt auch anschauen, die dazukommen, weil die werden wohl auch diesen Hintergedanken haben, dass bei etwaigem Zusperren einfach Unterstützung weiterhin da ist. Dann eine Frage zur Ausreiseverordnung, vielleicht an den Herrn Vizekanzler. Jetzt hat es Aufregung gegeben, Wiener Neustadt hat sich da gesträubt einige Tage. Jetzt wird das heute nicht wirklich durchgeführt, dort wird nicht wirklich kontrolliert. Ist das aus Ihrer Sicht für eine größere Stadt überhaupt umsetzbar? Da hat es ja den ÖVP-Bürgermeister in Wiener Neustadt gegeben, der gesagt hat, das ist eigentlich nicht umsetzbar für eine Stadt wie Wiener Neustadt. Ist das in der Geschwindigkeit umsetzbar, beziehungsweise ist das überhaupt machbar für Städte? Und eine Frage noch an die Frau Köstinger in ihrer Funktion als Landwirtschaftsministerin. Jetzt haben wir ein Jahr Pandemie, jetzt haben wir immer wieder geredet, dass wir autarker werden wollen, die Versorgungssicherheit gewährleisten. Was hat sich denn für die Landwirtschaft nach diesem einen Jahr getan? Ist diese Versorgungssicherheit aus Ihrer Sicht inzwischen mehr gewährleistet? Ist Österreich nach einem Jahr Autonomie-Taker geworden? Also einige Punkte. Die Bestimmungen zum Verlassen bestimmter Regionen, oft Bezirksgrenzen oder größere Städtegrenzen, halte ich ausdrücklich für sinnvoll. Wir haben uns ja auch darüber committed mit den Landeshauptleuten. Das hängt ja von der Höhe der sogenannten Inzidenzen ab. Dass das in unterschiedlichen Fällen unterschiedlich schwer exekutierbar ist, wenn Sie so wollen kontrollierbar ist, liegt auf der Hand. Tatsächlich ist es so, dass hier ja Unterstützung angefordert wurde. Ich halte das ja auch für vertretbar und für sinnvoll. Und dort hat man sich ja dann zumindest auf eine doch recht resolute Stichprobenkontrolle verständigt. Das ist mein Wissensstand. Ich halte das aber ausdrücklich für sinnvoll. Weil nämlich die Regionalisierung von Maßnahmen, und das kann man ja in diese Richtung sehen oder deuten, oder auch in die positive, Stichwort Vorarlberg, dass wir hier, anders als im Herbst, regional vorankommen wollen. Sei es um etwas einzudämmen, sei es aber auch, was früher zu ermöglichen. Weil, wenn man sich anschaut, die Inzidenzunterschiede von Adlberg und den Teilen Osterösterreich sind zum Teil ein Vielfaches. Ja, da muss man so agieren und da muss man so agieren. Wir hoffen, dass wir das so lange als möglich durchhalten können und wir hätten es uns so vorgenommen. Damit nicht ganz im Zusammenhang das Aufsperren generell. Das werden wir sicherlich aber wieder am 15. beraten, was hier weitere Schritte sind. Aber daraus, aus den Förderungen, die wir jetzt hier verkündet haben, rückzuschließen. Was alles geht oder nicht geht, ist glaube ich deshalb verfehlt. Weil ja bestimmte Aufsperrschritte ohnehin mit Ende März, wenn Sie so wollen, 27. März angedacht worden. Ich rede jetzt wieder vom ganzen Bundesgebiet, sodass es ja nur richtig ist, dass wir den März auch als dieses Monat identifiziert haben. Wo zum Beispiel über die Kurzarbeit, über den Ausfallsbonus hier ein Zeitraum vorgesehen ist, an dem man ansetzen kann. Weil ja sich das alles verlängert. Das war ja genau die Einleitung und deshalb der Begriff Überbrückungsmaßnahme. Wenn ich dann vielleicht auch mit einem Satz anschließen darf. Wir haben in den letzten Wochen zig Gespräche mit den unterschiedlichen Branchenvertretern und vor allem eben auch mit Hoteliers, mit Gastronomen geführt. Und vor allem eben auch diese Frage des Urlaubsanspruches ist etwas, das wirklich sehr unter den Nägeln brennt. Wo vor allem auch die ÖHV sehr aktiv geworden ist, das eben auch einzufordern und sehr gut eben auch darstellen kann. Warum das für die Betriebe mittlerweile eben auch, was die Liquidität betrifft, sehr schwierig wird. Aber ein konkreter Satz auch noch dazu. Das Aufsperren allein heißt noch nicht, dass es dann wirklich auch wirtschaftlich ist. Sie haben das sicher auch aus Vorarlberg verfolgt. Es gibt natürlich eine Diskussion um die Sperrstunde. Für die Gastronomie ist das Abendgeschäft sehr, sehr wichtig. Das heißt, diese Wirtschaftshilfen und diese Unterstützungsleistungen wird es auch weiterhin brauchen, auch wenn wir Öffnungsschritte machen. Weil viele sind beispielsweise aktuell auch noch im Homeoffice. Also das Mittagsgeschäft ist bei Weitem nicht so, wie man es in normalen Zeiten gewohnt ist. Es wird weiterhin wirtschaftliche Unterstützung brauchen. Und wir sind gerne bereit, immer wieder auch Anpassungen vorzunehmen, um damit auch maßgeschneiderte Lösungen für die Betriebe anbieten zu können. Das ist uns sehr wichtig. Und der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, betreffend der Landwirtschaft, das betrifft zwei Bereiche meiner Meinung nach. Zum einen ist auch die Landwirtschaft massiv betroffen von Umsatzeinbrüchen, vor allem eben auch jene Betriebe und Branchen, die sehr stark für Gastronomie und Tourismus produzieren. Das ist Obst und Gemüse, das ist die gesamte Fleischwirtschaft. Der Weinbau ist ganz massiv betroffen, eben auch von der Schließung der Gastronomie und des Tourismus in Österreich. Wir haben in den letzten Wochen auch hier einen Verlustersatz geschaffen. Da wirklich ein großes Dankeschön vor allem auch an den Finanzminister, dass es uns gelungen ist, auch diese Bereiche abzusichern und zu unterstützen. Und zum zweiten betrifft das halt eben auch die Frage der Selbstversorgung. Also auf der einen Seite müssen wir die Betriebe immer wirtschaftlich so stabil halten, dass sie auch über diese Zeit kommen. Das ist uns gelungen. Und das zweite, was wir massiv verfolgt haben im letzten Jahr, war auch eine Bewusstseinskampagne für heimische Lebensmittel. Wir haben gemeinsam mit der gesamten Agrarwirtschaft, mit der Branche die Initiative Das ist Österreich ins Leben gerufen, wo wir halt eben auch auf regionale Produkte und die Wertschöpfung, die damit verbunden ist, hinweisen. Wo wir vor allem eben auch mit dem Amagenussregion-Gütesiegel eine Qualitäts- und Herkunftskennzeichnung geschaffen haben, die vor allem für bäuerliche Direktvermarkter, aber auch für Gastronomiebetriebe und Manufakturen eine höhere Wertschöpfung bringen soll. Und in dieser Kombination versuchen wir vor allem eben auch in der öffentlichen Beschaffung, also überall dort, wo wir selber einkaufen, bei der Justiz beispielsweise, beim Bundesheer, bei der Polizei, in den Schulen, bis hin eben auch zu den Landeseinrichtungen, den Krankenhäusern und den Pflegeeinrichtungen verstärkt regional und vor allem auch saisonal einzukaufen. Ein Erfolgsbeispiel vielleicht, dass es uns in den letzten Monaten gelungen ist, vor allem die Geflügelproduktion hat massiv anziehen können. Also dadurch, dass auf der einen Seite auch der Lebensmitteleinzelhandel, die meisten der Lebensmitteleinzelhändler sich dazu verpflichtet haben, nur mehr österreichisches Fleisch auch zu listen, vor allem Frischfleisch, ist uns da gelungen, durchaus auch die Produktion zu steigern. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, wie es uns eben auch im Bereich der Versorgungssicherheit gelingen kann, überall 100 Prozent und damit auch maximale Unabhängigkeit zu erreichen. Danke schön. Von Servus die Frau von Post, bitte. Eine Frage an die Frau Tourismusministerin zu Vorarlberg. Da haben sich die Gastronomen zum Teil recht unglücklich darüber gezeigt, dass diese Selbsttests, die man zu Hause macht, zwar für Veranstaltungen gelten, aber nicht für die Gastronomie. Da braucht man so einen aus einer Teststraße. Hätten Sie sich gewünschen, dass das auch für die Gastronomie gilt? Und wäre das dann im Hinblick auf ganz Österreich auch Ihr Wunsch, dass eben diese Selbsttests auch anerkannt werden? Und noch eine Frage an den Herrn Vizekanzler anschließend an die Frage vom Kollegen zur Umsetzbarkeit von diesen Ausreisekontrollen. Es gibt jetzt da auch das Gegenteil. Viele Gemeinden, gerade in Tirol, die sehr klein sind, wo es 20 Fälle zum Beispiel gibt, ist es da auch zumutbar, dass man diese Ausreisekontrollen doch über einen relativ langen Zeitraum dann aufrechterhält? Vielleicht zur ersten Frage der Selbsttests. Sie haben das gestern auch verfolgt, die intensiven Verhandlungen zwischen dem Land Vorarlberg und dem Gesundheitsministerium. Ich glaube, dass es gut ist, in einem ersten Schritt das anhand der Veranstaltungen zu testen, zu schauen, wie das dann eben auch in der Umsetzung funktioniert. Das Land Vorarlberg ruft ja eine digitale Plattform ins Leben, dass dort quasi auch die Tests validiert werden können, die zu Hause selbst eben auch gemacht werden. Es ist gut, das einmal auch zu testen, aber wünschenswert wäre es natürlich, dass das dann auch weiter ausgerollt wird, dass eben auch Gastronomie, Tourismus und alle anderen Bereiche und Branchen dafür profitieren können, dass man selbst die Möglichkeit hat, sich zu testen. Wie gesagt, Schritt für Schritt, wir werden sehr viel jetzt von den Öffnungen in Vorarlberg lernen und das soll natürlich dann auch in weitere Schritte einfließen, das ist unser erklärtes Ziel. Zur anderen Frage, also ich halte für richtig, was sinnvoll machbar ist, das ist viel, da ist jetzt vieles neu, das ist richtig. Und das wird auch sicherlich von den Expertinnen und Experten weiter beobachtet werden, wie kleinteilig solche Schritte zu setzen sind. Aber ab einer bestimmten Größe von Gemeinden ist das mit Sicherheit sinnvoll und so ist es ja auch vereinbart. Und das, also ich halte alles für nützlich, was dazu dient, dass man anderen Regionen mehr zulassen kann, wenn wir dort, wo etwas entsteht, etwas einfangen können. Das ist das Grundprinzip und natürlich sind die Fragen der praktischen Umsetzung dann immer auch noch relevant. Und vielleicht noch zur Modellregion Vorarlberg und ich sage ausdrücklich Modellregion, ich habe das gestern auch noch selber mit dem Landeshauptmann Wallner besprechen dürfen, dass es zwar verständlich ist und es war auch logisch, dass die Gastronomen so argumentieren werden, was die Tests, die unterschiedlichen Tests betrifft, die Testmethoden. Auf der anderen Seite ist es ja auch, weil es ein Modellversuch ist, quasi eine Erkenntnisregion für ganz Österreich. Was funktioniert wie? Und das glaube ich, diese Gelegenheit sollten wir nicht auslassen, dass wir beobachtet werden. Und ja, es kann ja sein, dass in einem zweiten Schritt, in bestimmten Wochenabständen, sich auch das wieder verändert. Das ist ja ähnlich wie bei Sport und Kultur, wie vorher beschrieben. Danke. Von der Presse die Frau Wenzel, bitte. Ja, bitte an den Herrn Vizekanzler die Frage zu der Novelle des Epidemiegesetzes. Da hat er jetzt eine Rekordzahl an Stellungnahmen gegeben, vor allem zu diesem Punkt, dass die Ausgangsbeschränkungen künftig auch an das geknüpft werden sollen, dass das Contact Tracing nicht gut funktioniert. Jetzt wäre die Frage, die Nuneos fordern jetzt zum Beispiel, dass das überhaupt zurückgenommen wird, die Novelle. Ist das jetzt irgendwie, wie soll es jetzt weitergehen im Laufe der Woche? Und auch im Hinblick, ist das dann erst nächste Woche Thema, wenn der Herr Anschober wieder zurück ist? Oder wie geht es da jetzt weiter in dieser Frage der Novelle? Herr Anschober ist ja, wie vom Ministerium verlautbohrt, in Speltals Beobachtung und macht Untersuchungen und wird nächste Woche wieder da sein. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir natürlich im Begutachtungsverfahren dieses berücksichtigen werden. Aber Sie wissen, dass da, weil Sie die große Anzahl erwähnt haben, viele de facto deckungsgleich sind. Und es tun sich mehrere Fragen auf und das wird entsprechend behandelt werden. Was das Contact Tracing betrifft, ist das schon auch eine sinnvolle Stellgröße, wie ich meine, um daraus Maßnahmen abzuleiten. Weil ja das sozusagen die Vorausindikatoren sind, wie wirkungsvoll eine Pandemie, nämlich schon beim erkennbaren Anschwellen zu einer neuen Welle bekämpft werden kann. Und wie Sie wissen, gibt es auch da große regionale Unterschiede. Und wenn man das alles erfassen kann, dann halte ich das unterm Strich für nützlich. Gibt es noch Fragen von jemandem, der noch nichts dran war? Herr Meng von Ö24, bitte. Frau Mayer, Sie haben ja vorhin erwähnt, dass man die Kunst und Kultur mehr ins Freie bringen soll. Was bedeutet das jetzt für beispielsweise geschlossene Theater und für all jene Institutionen, die das nicht machen können? Ist das so ein bisschen ein Fingerzeig, dass es noch viele Monate so gehen wird und dass man sich vielleicht auf Sommertheater hier vertrösten lassen muss? Nein, wie schon gesagt wurde, geht es bei diesen Unterstützungsmaßnahmen jetzt nicht konkret darum, wann jetzt ein Öffnungsschritt erfolgt und wann nicht. Sondern das sind einfach Angebote für ein vielfältiges Kulturleben, auch für flexible Maßnahmen. Und wir wissen ja alle, dass Outdoor-Angebote sicherer sind, dass sich auch vielleicht das Publikum dort sicherer fühlt. Es kommt Frühling, Sommer. Also wir möchten heute einfach Kulturbetrieben auch diese Möglichkeit nahebringen und sie dabei auch bei den Investitionen unterstützen. Danke. Wir sind eigentlich schon über der Zeit noch zwei ganz kurze Fragen und bitte um kurze Fragen und kurze Antworten. Zunächst die Frau Poschner und dann der Herr Hammer. Bitte. Ich glaube, dass in einem ersten Sie zuständig, Frau Ministerin Köstinger. Im Zuge der Affäre um die Hygiene Austria gab es eine Diskussion darüber, wie viel Wert das Gütesiegel made in Austria ist. Dieses Gütesiegel, ich meine, kann man das auf neu oder muss man das auf neue Beine stellen? Weil offenbar gibt es da, jetzt ist das ein bisschen unklar, was es dazu braucht, um dieses Gütesiegel tatsächlich zu bekommen. Also ich glaube, es ist grundsätzlich festzuhalten, dass es sich da um einen Betrugsskandal handelt. Natürlich muss jetzt überprüft und geschaut werden, wo Schwachstellen sind. Aber ich würde weder ein Zertifikat infrage stellen noch Sonstiges. Einzelpersonen haben da versucht, sich in einer Krise zu bereichern. Da braucht es vollständige Aufklärung und dann eben auch die notwendigen Schlüsse. Herr Hammer, kurze Frage, kurze Antwort bitte. Aha, dann sind wir eigentlich durch. Danke den Vertretern der Bundesregierung und Ihnen vielen Dank für Ihre Fragen und fürs Kommen. Danke. 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 Danke.